Ein neues Update bei der Suche rund um den sechsjährigen Arian. Ich hatte ja schon zwei Videos dazu hochgeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht in euren WhatsApp-Gruppen und Co., die ihr so habt, das mit Freunden teilt und die vielleicht auch bittet, diese Videos hier zu teilen, damit das möglichst viele sehen. Weil das natürlich echt helfen kann und die Polizei auch darum gebeten hat, dass man das Ganze so ein bisschen größer hier aufzieht und mithilft. Und von daher möchte ich hier meine Reichweite nochmals nutzen und es kann sich natürlich stündlich auch immer wieder was ändern. Wie gesagt, ergänzt gerne unten in den Kommentaren, ob sich was getan hat. Ich gehe mit euch jetzt hier den Artikel von der BILD durch, was jetzt hier Neues versucht wird. Und hier steht auch nochmal Großaufgebot, wird aufgestockt. 250 Soldaten der Bundeswehr suchen jetzt nach Arian 6. Wohngebiet des Kindes erneut durchsucht. Schuppen und Garagen sollen geöffnet und kontrolliert werden. Das ist auch schon mal ganz gut. Wie gesagt, auch bei Rebecca Reusch waren ja die Lauben zuletzt ein großes Thema, wenn man wirklich zeitnah reagiert. Hier sind die 250 Bundeswehrsoldaten, die jetzt nach dem kleinen Arian suchen. Die Suche rund um Arian erschwert sich auch deshalb sehr, weil der junge Autist ist und sich gar nicht bemerkbar machen kann selbst. Also er kann jetzt nicht um Hilfe schreien und auf sich aufmerksam machen. Also macht es die Suche natürlich enorm schwer. Es gibt ein Wolfsgebiet dort in der Gegend. Es ist sehr ländlich, wenig Menschen und auch ein Sumpfgebiet, Flüsse, Gewässer und Co. Alles dort vorhanden und der Junge hatte auch nur ein leichtes Longsleeve an und eine Jogginghose. Also gerade auch bei den Temperaturen, die jetzt teilweise auch knapp nur über 0 Grad waren. Natürlich sehr, sehr heftig. Der Artikel ist jetzt am 25.04. von 19.56 Uhr. Wie gesagt, wenn sich danach noch irgendwas getan hat, ergänzt das gerne. Rund 400 Einsatzkräfte, Helfer und Freiwillige suchen seit Montag nach dem kleinen Arian. Man muss natürlich jetzt aussagen, wenn er jetzt in der freien Wildnis unterwegs wäre, irgendwann kommt Durst und Hunger. Noch ist es in einem Zeitfenster, wo man sagen kann, vielleicht und hoffentlich lebt er noch. Wenn er es jetzt allerdings sich über Wochen hinzieht, ist das natürlich immer unwahrscheinlicher. Einerseits aufgrund der leichten Bekleidung muss der Junge frieren. Auf der anderen Seite halt aufgrund der fehlenden Nahrung und des Wassers könnte es natürlich auch zu Schwierigkeiten für den Jungen kommen. Ob der dann, wie gesagt, für uns alle wäre das in der Wildnis schwer, dort zurecht zu kommen. Und gerade für ein kleines Kind ist es natürlich schwieriger, noch schwerer, wenn man sich verlaufen hat. Also von daher wird einem da auch so ein bisschen mulmig, wenn man das Ganze hier sich mal genauer überlegt. Weil er ist ja jetzt kein Bear Grylls, so ein Survival-Experte, der dort weiß, wie man auch mit wenig Nahrung und Co. überleben kann. Und weil die Zeit rennt, beteiligt sich seit Donnerstagmittag auch die Bundeswehr an der Suche nach dem vermissten Jungen aus dem niedersächsischen Elm. Hat nur 1500 Einwohner. Ein Großteil der Soldaten sind Afghanistan-Veteranen. Die 2021 bedrohten Afghanen bei der Ausreise über die Landesgrenze halfen und nach Deutschland evakuierten. Die Polizei geht davon aus, dass der Vermisste Arian diesen Abdruck im Sumpfboden hinterlassen hat. Und das ist ja auch schon mal interessant, dass es hier diesen Fußabdruck gab. Und die Bundeswehr soll die groß angelegte Suchaktion von Polizei, Feuerwehr DLRG und DAK entlang des Flusses Oste unterstützen. Rund 250 Soldaten des Fallschirmjägerregiments 31 aus Seendorf, Niedersachsen kamen am Donnerstag mit Bussen und Einsatzfahrzeugen im Suchgebiet an. Also da wird wirklich viel versucht. Hier auch nochmal ein Helikopter, der hier auch nochmal alles abfliegt. Auch ein Tornado von der Bundeswehr war und dort im Einsatz auch ein Bundeswehr-Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchte nach dem verschwundenen Arian. Dann hier auch nochmal mit einigen Fahrzeugen. Ihr seht ja auch, wie groß das hier ist. Es sind wirklich viele Fahrzeuge unterwegs. Auch Taucher werden eingesetzt. Ja, ganz, ganz gruselig. Taucher, Feuerwehr, Soldaten der Bundeswehr und Freiwillige suchen unentwegt nach dem Jungen. Nach Bildinformationen sollen die Streitkräfte vom Heer ein Korridor rund um die klare niedersächsische Ortschaft Kranenburg in Richtung Bundesstraße 73 in einem Radius von 10 Kilometer bis zum Einbruch der Dunkelheit nach dem Vermissten absuchen. Die Soldaten sind für das herausfordernde Gebiet bestens ausgestattet. Mit schwerer Uniform und erster Hilfeversorgung durchqueren sie sumpfiges, stark struppiges Gebiet, das durch die vielen Gräben teils noch überflutet ist. Zusätzlich zu den 250 Soldaten am Boden hob am Nachmittag erneut auch einen Bundeswehrhubschrauber ab. An Bord technisches Gerät sowie eine Wärmebildkamera. Bereits am Mittwoch war der Bundeswehrhubschrauber im Einsatz. Am Dienstagabend hatte ein mit Wärmebildkamera ausgestatteter Tornado der Bundeswehr das Wohngebiet im Bremer Förderortsteil Elm überflogen, um bei der Suche nach dem kleinen Arian zu helfen. Im Zuge der Amtshilfe Artikel 35 des Grundgesetzes ist es möglich, die Bundeswehr bei der Suche nach vermissten Personen im Inneren einzusetzen. Ja, finde ich auch wirklich sehr sinnvoll, dass die Bundeswehr bei solchen Dingen auch mithilft. Sollte eigentlich immer so der Fall sein, finde ich. Polizeitaucher gehen auf der Suche nach dem vermissten Jungen einen Tümpel ab. Alle Schuppen und Garagen sollen kontrolliert werden. Bei ihrer Suche wollen die Einsatzkräfte auch noch nach dem Ortsteil, in dem Ariam wohnt, durchkämen. Es sollen alle Schuppen und Garagen geöffnet und sogar Mülltonnen kontrolliert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Müheabfuhr für diesen Freitag sei abgesagt worden. Auch gut, kann ja wirklich auch sein, dass da jemand was entsorgt hat. Auch Gullideckel sollen geöffnet werden. Eine Hundeführerin hält einen Beute mit Kinderschuhen in der Hand. Ist natürlich jetzt die Frage, könnte das der Schuh von Arian sein? Ist jetzt natürlich Spekulation. Der Junge ist sechs Jahre, dafür finde ich den Schuh schon recht groß. Also würde ich schon fast Richtung Erwachsenenschuh eher einordnen. Aber wie gesagt, möglich ist alles und wäre natürlich sehr gruselig, wenn der jetzt auch noch seine Schuhe verloren hatte bei der Käthe. Treich an der Oste abgesucht. Unterdessen hatten im Laufe des Vormittags mehrere Taucher einen kleinen Tümpel, der in der Nähe der Oste, westlich Kranburg liegt, untersucht. Ohne Erfolg, der Junge blieb verschwunden. Laut Polizei und Feuerwehr soll am Donnerstag entlang des Flusses Oste in nördliche Richtung weitergesucht werden. Der Junge möge, sei es möglich, dass er am Fluss entlang gelaufen sei, hieß es von der Polizei. Am Mittwochabend hatten die Einsatzkräfte Fußspuren gefunden, die möglicherweise zu dem Jungen gehören könnten. Der gefundene Abdruck zeigte einen Fußbein und kleine Zehen. Das würde ja dann auch wieder darauf hindeuten, dass er vielleicht wirklich seinen Schuh verloren hat. Das wäre natürlich auch ganz bestialisch. Das könnte passen, der Arian zum Zeitpunkt seines Verschwindens nur Socken und keine Schuhe trug. Achso, der hat sogar gar keine Schuhe. Dann ist ja der Schuh, den sie da gefunden haben, eigentlich auch relativ... Ach Mensch, na gut, das wusste ich jetzt in der Tat nicht. Gut, dass man das hier nochmal durchgegangen ist. Die Polizei spricht von sehr ernster Lage. Arian wird seit Montagabend vermisst. Also jetzt auch schon, wenn das Video für euch kommt, fast vier Tage. Seitdem sind hunderte Einsatzkräfte und Helfer auf den Beinen und durchsuchen die Gegend rund um das betroffene Wohngebiet. Am Mittwochabend hatte die Polizei zuletzt mitgeteilt, dass der Junge am Montag gegen 19.15 Uhr von einer privaten Überwachungskamera in einem Wohngebiet gefilmt wurde. Er sei in Richtung des atengrenzenden Waldes gelaufen. Erneut bildeten zahlreiche Polizei- und Feuerwehrkräfte eine Kette und suchen ein Gebiet nördlich von Primaförde ab. Also es wird wirklich alles abgegangen. Und bereits seit Montagabend wird nach dem vermissten Kind gesucht. Nach Angaben der Polizei ist Arian Autist, reagiert nicht auf Ansprache. Das macht es natürlich auch noch schwerer. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass er sich nicht melden wird, wenn er Menschen in der Nähe bemerkt. Nach mehreren kalten Nächten hatte der Polizeisprecher von einem sehr ernsten Lager gesprochen. Hier auch nochmal das Telefon, was ich euch unten noch verlinken werde. Bitte aber nur ernst gemeinte Infos weitergeben. Und ja, das sind jetzt erstmal so die neuesten Erkenntnisse. Und ja, das macht natürlich sehr, sehr nachdenklich. Ich lade das dann wieder morgens für euch hoch, in der Hoffnung, ein wenig mithelfen zu können. Das soll es dann hier auch für heute gewesen sein. Am Wochenende kommt dann nochmal was auch zu Rebecca Reusch oder vielleicht zu einem anderen Thema. Und dann hoffe ich, dass ihr hier am Ball bleibt. Bis dann und ciao, ciao.